Und jetzt, komm. Nein, oh kacke. Oh ne, komm. Kann er nicht, nein. Ähm, Spawnpoint. Klatsch. Oha. Das sieht schon mal kompliziert aus. Hm. Oh Gott. Scheiße. Das läuft ja schon mal super. Oh mein Gott. Es ist doch nicht das Problem, jetzt da rüber zu springen, oder? Ich springe schon richtig, ja? Oh, dann geht er vielleicht. Liegt das vielleicht an der Decke da? Das war die Rätsellösung. Ich muss ganz ehrlich sagen, so schlecht stelle ich mich gar nicht an. Oder was? Oder sehe ich das falsch? Was ist denn hier? Okay. Öh. Uff. So. Oben. Da, 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 da. Ich kann jetzt hier ausbrechen. Aha. Könnte ich in die Freiheit genommen. Erstmal ein bisschen schälen. Oh. Oder oben sind wir noch ein paar Sprünge. Oh, ich glaube die Kiste habe ich nicht mitgenommen. Ah, da war ich noch gar nicht. Ist hier irgendwo was? Was ich wissen sollte? Nö. Gut. Geh mal weiter. Klingeln. Ja. Ey. Ey. Nein, nein, nein. Nicht hinrichten. Warum kriege ich hier Bottles auf. Okay, acht. Nein, nein, Bottles. Ja, die level ich mich mal schnell. Yeah, level 56. Bitte klingeln. Was wird denn hier vergewaltigt? Ist ja, ist es ja hier. Das wollte ich gar nicht. Äh, Entschuldigung, ne? Wollte ich, wollte ich, wollte ich, wollte ich, wollte ich, nee, nee. Das war nicht. Oh. Lol. Wirklich sehr geringer Wortschatz. Sieht nach einem Schatten aus. Wie auch gemacht. Suche den Weg. Okay. Bin dabei. Ich bin dabei. Kann doch hier bestimmt. Nee, kann ich da hoch. Oh. Ah, nee, dann. Geht das da weiter? Ja. Licht aus. Stromverschwendung. Wir müssen hier auf unsere erneuerbaren Energien achten. Und da geht das nochmal so nicht. Ähm. Wo sollen wir denn hier jetzt anfangen? Hier hoch. Vielleicht. Eventuell. Äh, zack. Oh Gott, Nippelsprünge. Erinnert mich an DiverCity. Ah. Ah, hier, guck mal hier. Hier haben wir den, 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 den Labyrinth da drüben. Sprechen ist nicht so einfach, wisst ihr? Im Labyrinthus. Okay, jetzt. Nochmal. Mit Konzentration. Nein! Man verliert aber auch viel Hunger in der 1.8. Äh, 1.7. Mensch, was ist denn heute los mit mir? Ja, ja, ich hab, klar, ja. Na, schreib ich dir da auch noch. Uff. Das war ein bisschen zu weit. War sehr gewagt. Möchte man sagen. Ich weiß jetzt aber noch nicht, wofür ich das Schwert und meine Pfeile habe und den Bogen. Ah, dafür. Und jetzt. Nein! Och, Kacke. Och, nee, komm. Kann er nicht. Nein. Das ist nicht wahr. Och, Ficken. Mein Gott. Kann ja wohl jetzt nichts. Ja, komm. Och. Da. Das war doch eindeutig gestanden. Gibt's nicht. Hm. Oh Gott. Das ist, äh, ist jetzt mal wieder peinlich, ja. Nicht, dass ich hier in der Folge ran hocke wieder. Die komplette Feuer in einem Jampen ran hier. So, aber jetzt. Jawoll. Jawoll. Oh, darauf ein Affe. Gut, es geht noch weiter. Noch ist es nicht gewandt. Jetzt einfach darüber. Okay. Ach, da war ein Deckensprung. Oh, mein Gott. Alter, Scheiß. Kann ja auch nicht sein. Wo war ich denn? Knopf. Ich hab'n Knopf. Deckensprung geschockt mit ein Kipfchen in der Hand. Hm. Naja. Ja, das ist schon, äh. Mensch, da brauche ich schon fast 4000 Themen für die Folge, damit ich irgendwas belabern kann. Wird ja sonst langweilig. Könnt mir ja mal Themen schreiben. Für die nächsten Folgen, die ich dann eh schon aufgenommen hab, aber egal. Für die nächsten Map und so. Schreibt mir eine PN und so. Ist aber schein, ne? Oh, mein Junge. Da ist mein Essen alle, ich da oben bin, ich komm'n bin. So, jetzt aber. Oh, zu. Ich könnte ausrasten. Ah, spring' ich da vielleicht am Fenster immer lang, dass da ein bisschen, ähm. Dass ich da immer so. Oh. Ja, genau so nicht. Hm. Ja. 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 Ne geht aber. Warum denn nicht gleich? So. So, was ist das Deckensprünge jetzt hier? Ich hasse so was. Das ist doch nicht. Das ist ein Checkpoint. Kann ja nicht mal ein Checkpoint sein oder so. So was ähnliches. Was baue ich mir jetzt ein? Oh, kacke, ne. Oh, nö, ne. Sonne, geh weg. Jetzt scheint die zu kacke auf meinem Bildschirm. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das auch noch. Hier zusätzlicher Schwierigkeitsgrad. Ich erkenne nichts mehr. Das gibt's nicht. Ich baue mir jetzt einen Checkpoint. Sorry, äh, aber, ne. Ne, ist eine gute Rolle. Sorry, falls der Mappersteller das jetzt guckt, dann wird mir die Map vorgeschlagen. Aber, äh, ne, falls, nein. Ich baue mir eine schicke Treppe. Sorry, aber geht nicht. Ich, äh, ich... hab heute noch was vor. Könnte ja eigentlich theoretisch hier so drauf. Dann schaffe ich den zweiten trotzdem nicht. Okay, jetzt... Eigentlich kann ich sowas, aber... Naja. Auch nur in der Theorie. Geht doch. Und jetzt, ach, da. Muss ich jetzt da drauf, hier? Okay. Das schaffe ich auch noch. Schon wieder so ein Denkensprünge. Äh! Stell dir mal vor, jetzt gibt es überhaupt auf der ganzen Jumpman hier keinen Checkpoint. Hätte ich schon ein bisschen, äh... Ja, das kann man auf jeden Fall verbessern, dass es hier... Gerade weil es ganz schön schwer ist, mit diesen Denkensprünge und so, Soundsprünge. Sollte man vielleicht ein Checkpoint einbauen. Oder halt nicht so schwere Sprünge auf... so viele vor allen Dingen in einem Level machen. dass man vorher vielleicht in die nächste Etage da hochkommt. Läuft ja geschmeidig heute noch. Sehe ich genauso. so. Ja. Ich glaube, wir hängen wirklich die ganze Folge ja schon an den Scheiß-Jumpman. Boah, da könnte ich... Ich sterbe sogar fast gleich. Wenn ich einfach zu oft runterfalle. So schnell kann doch keiner regenerieren. Oh. Geht ja nicht. Das ist nochmal möglich. Das ist gegen die Weinkaufsphysik. Okay. Okay. Komm. Na, warte. Du, warte. Scheiße. So weit gerannt. Kann ja wohl nicht sein. Boah, ich muss mich gerade echt konzentrieren und ich schaff's fast ja nicht. Also... Es ist, äh... nicht so einfach. Das Level ist schon... geht an meine Grenzen. Ich dachte, gut, am Anfang ging's ja noch... Die Map bringen wir locker über die Bühne. Aber nö. Dann kommt einfach so ein Assi-Level hier. Am Anfang hab ich mich relativ gut angestellt. Ich hab mich schon gewundert, warum meine Jumpman-Skills auf einmal so gut sind. Weil ich eigentlich nicht so wirklich der Pro darin bin. Aber, ähm... Ja. Ist doch nicht so gut gelaufen. Man kann bloß glücklich sein, dass ich, äh... eine ganz gute Geduld habe und immer noch hier fleißig versuche, an diesem Level weiterzukommen. Ich kenn da einige, die es schon aufgegeben hätten. Und ich wahrscheinlich auch gleich. Letzter Versuch jetzt, dann mach ich mir da vorhin wieder ein Checkpoint. Na? Ist da Bescheid. Ich mach mir jetzt, sag ich jetzt hier... Ich baue einfach... ...die Wolle intelligent ab. Und verwende sie wieder. Neue. So. Dann. Und da. So. Eine Treppe, die ich nicht nutzen kann. Oh. Entschuldigung, Honk. Wollte ich gar nicht... Ach, das war jetzt kein Denksprung. Ach, du liebe Zeit. Aha. Ich geb mir meine Bestes, aber... ...ist vielleicht doch an einigen Stellen ein bisschen zu schwer. Ich bin ja kein Ungespielt, oder so. Der ist jetzt hier so lokaizima schaffen würde. Das bin ich alles nicht. Ich bin ein kleiner Killerkalli, der überhaupt nichts aus die Reihe kriegt. Mehr nicht. Oha. Oha. Oha.